Mein Name ist Janett Franke von Nemecek aus München. Wir entwickeln Software für das Planen, Bauen, Nutzen von Gebäuden und Immobilien. Zu unseren Zielgruppen zählen Architekten, Bauingenieure, General- und Bauunternehmer. Das Unternehmen beschäftigt momentan rund 1000 Mitarbeiter und hat im vergangenen Geschäftsjahr 107 Millionen Euro erwirtschaftet. Vor gut zwei Jahren haben wir uns auf die Suche nach einer PR-Agentur gemacht, die sowohl Know-how aus unserer Branche mitbringt, als auch mit dem Softwareumfeld vertraut ist. Wir sind dabei auf Maisberger White Oaks gestoßen, weil sie langjährige Erfahrungen in unserer Branche bereits vorweisen konnten und die Medienlandschaft sehr, sehr gut kennen. Maisberger White Oaks ist in vielerlei Hinsicht für uns der ideale Partner. Das betrifft zum einen die strategische Planung, aber auch die operative Umsetzung. Hier ist oft die Agentur immer Verlass, egal ob es sich um das Texten von Anwenderberichten oder Fachartikeln handelt oder um die Organisation eines Events. Wir sind stets zufrieden mit den Ergebnissen. Wenn ich das kurz an einem Beispiel erläutern darf, wir haben im vergangenen Jahr eine Kampagne organisiert und aufgesetzt, die zu den größten in der Unternehmensgeschichte von der Medcheck zählt. Dabei ging es darum, dem Markt eine neue Methode zur Mengen- und Kostenermittlung vorzustellen. Am Ende einer ungefähr achtmonatigen Periode hatten wir mehr als hundert Medien mit diesem Thema erreicht und mehrere hundert Neukunden gewonnen. Für uns eigentlich die Produktkampagne schlechthin und die erfolgreichste in der Geschichte von Nemetschek überhaupt. Aber nicht nur Qualität und Zuverlässigkeit sind wichtige Kriterien. Auch die soziale Komponente ist natürlich ganz wichtig im täglichen Umgang. Und ich muss sagen, wenn ich beim Heißberger anrufe, bekomme ich immer eine freundliche und kompetente Antwort auf alle meine Fragen. Und das bestätige nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kollegen. Es macht einfach Spaß, mit den Beraterinnen von Maisberger zusammenzuarbeiten. Und ich freue mich auf viele weitere spannende Projekte und hoffe, dass wir die bisherige Erfolgsgeschichte auch noch lange fortsetzen können. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.